I am the Jochenland, das ist der Frühsport für Freitag, den 23. Dezember 2022. Schönen guten Morgen. Skicross gestern in Inichen und da gab es einen dritten Platz für Niklas Baxleitner. Der hat es geschafft, aus Podest zu fahren. Herzlichen Glückwunsch, das zweite Mal in seiner Karriere, dass ihm das gelungen ist. Gewonnen hat der Kanadier Rhys Howden auch dazu. Herzlichen Glückwunsch. Und bei den Damen gab es nichts zu holen, diesmal für die Deutschen. Sandra Neslund aus Schweden gewinnt erneut. Ihr habt jetzt jedes Rennen in dieser Saison gewonnen und da kann man, glaube ich, schon von einer gewissen Dominanz sprechen hier an dieser Stelle. Aber dann war es ja irgendwo auch verdient, glaube ich. Gut, dann gab es gestern noch Ski Alpin und zwar den Slalom der Männer in Madonna di Campiglia. Und da gab es den Sieg am Ende für den Schweizer Daniel Jule. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich meine, es ist jetzt morgen Weihnachten und dass Daniel Jule gewinnt, war ja eigentlich fast schon klassisch, muss ich sagen. Aber aus deutscher Sicht wollen wir auch nicht. Meccan Linus Strasser wird am Ende Dritter. Tolle Sache, auch Podestplatz hier für ihn. Auch dazu gratulieren wir sehr herzlich. Was gab es noch gestern? Es gab ein bisschen Fußball. EFL Cup, da hat Manchester City gegen Liverpool gewonnen. Tolles Spiel, 3 zu 2 ausgegangen am Schluss. Und alle, die jetzt bei der WM nicht groß gefordert waren, haben gespielt und auch getroffen. Haaland war wieder erfolgreich. Salah, das sind ja alles Leute. Mahrez zum Beispiel, die jetzt hier entweder gar nicht bei der WM waren oder frischer Holt zurückgekommen sind. Von daher nette Geschichte auf jeden Fall. Bei City noch vielleicht erwähnenswert im Tor. Der gute Stefan Ortega. Und Gundogan hat auch noch gespielt. Der ist ja auch fit. Der hat ja nicht so verausgaben müssen bei der WM. Champions League der Frauen gab es. Also damit übrigens Manchester City im Viertelfinale. Das wollte ich noch ergänzen. Champions League der Frauen, da hat Wolfsburg 8 zu 2 gewonnen in St. Pölten. Damit den Gruppensieg klar gemacht. AS Rom gewinnt 3 zu 0 bei Slavia Prag und wird Zweiter. Das war aber dann auch schon klar vorher. Und in der anderen Gruppe Real Madrid. 5 zu 1 gegen Vlacina Scotta. Und im Kampf um den Gruppensieg gewinnt Chelsea gegen PSG klar mit 3 zu 0. Und damit ist auch das durch. Der FC Chelsea gewinnt diese Gruppe. Auslosung für das Viertelfinale ist dann... Gute Frage. Ich glaube nächste Woche ist die Auslosung. Machen sie die morgen noch? Vielleicht. Wenn sie ist, sage ich euch Bescheid, wenn ich was mitkriege. Dann hatten wir gestern noch... Achso, Fußball heute? Nix. Fehlanzeige. Gibt's nix. Eishockey hatten wir gestern. Und zwar aus der DEL. Die Kölner Haie verliehen gegen die Fishtown Penguins mit 1 zu 2. Heute geht's weiter in der DEL mit dem letzten Spielen vor Weihnachten. Auch mal 6 Stück an der Zahl. 19.30 Uhr Magenta ist dabei mit einer großen Konferenz oder mit den Einzelspielen. Adler-Meinheim gegen Straubing. Düsseldorf gegen Wolfsburg. Eisbären gegen Bietigheim. Das ist das Kellerduell. Das müssen die Eisbären gewinnen, sonst wird's richtig düster über Weihnachten. Die Löwen Frankfurt empfangen Ingolstadt. Nürnberg gegen Gieserlohn und Schwenningen empfängt Red Bull München. Das also die DEL von heute Abend. 19.30 Uhr Magenta ist eure Adresse, wenn ihr es gucken wollt. Im DHB-Pokal haben wir die anderen Viertelfinalisten jetzt auch gefunden. Flensburg-Hande wird jetzt eine Runde weiter. Hannover-Burgdorf, Kiel und Wetzlar. Das stand noch aus. Haben wir damit auch eingetütet. Kommen wir zum Basketball. Da gab's gestern in der Euroleague die nächste Niederlage für, fast schon muss man sagen, die obligatorische nächste Niederlage für Alba Berlin. Diesmal gegen Maccabi Tel Aviv. Heute Abend gibt's nochmal von Magenta Sport ein kleines Weihnachtsgeschenk. Nämlich Free for All. Ab 19 Uhr Zaldiris Kaunas gegen Bayern München. Die Euroleague, also live auf Magenta. Und es kostet nichts. Also wer Lust hat, guckt rein, auch ohne Abo. Könnt ihr ein bisschen Euroleague gucken, wer ein Magenta-Abo hat. Und stattdessen lieber Basketball-Bundesliga gucken will. Der kann um 19 Uhr sich noch bedienen bei Kreilsheim gegen Rostock. Ist nicht der ganz große Kracher, aber auch dafür gibt's bestimmt Freunde. Da bin ich mir sehr sicher. Gibt ihr für alles irgendwo Freunde. Ach, der Frühspot hat ja Freunde. Von daher, da bin ich sicher, dass es auch Leute gibt, die Kreilsheim gegen Rostock gucken. So, dann kommen wir zur Darts-WM. Das ist noch das große To-Do auf der Liste. Gestern weitere Spiele aus der zweiten Runde. Florian Hempel war dran. Gegen Luke Humphreys hat er verloren in fünf Sätzen. 2 zu 3. War knappes Ding am Ende. Aber am Schluss das bessere Ende bei Humphreys. Einer der ganz Großen ist raus. Und damit meine ich einen Top-10-Spieler. Nämlich James Wade. Der war hier in 8 gesetzt. Und der scheitert schon sehr früh in Runde 2 an Jim Williams in 2 zu 3 Sätzen. Das ist die Überraschung des Tages gewesen, muss man sagen. Ansonsten fann der Ford weiter. Gary Anderson ist weiter. Van Dolvenbode weiter. Soljovic weiter. Searle weiter. Also es waren dann schon überall auch die, die man erwartet hat. Aber eben Wade, den hatten wir auch erwartet. Und der hat es eben nicht geschafft in die nächste Runde. So ist es manchmal. Gucken wir aufs Programm von heute. Zwei Sessions. 13.30 Uhr die Afternoon Session. Und um 20 Uhr dann wie gewohnt die Evening Session. Die letzten vor Weihnachten. Und auch die letzten Spiele der zweiten Runde. Dann sind wir da auch schon wieder durch. Live alles auf Sport 1 und auf The Zone. Und zwar gibt es ab 13.30 Uhr unter anderem Rob Cross. Wir haben Rob Smith am Start. Dobby ist dabei. Und in der Abend Session dann um 20 Uhr Martin Schindler. Also aus deutscher Sicht. Der Dritte ist am Start. Clemens eine Runde weiter. Hempel jetzt raus. Und Schindler gegen Luke Mann ist das Duell um 20 Uhr. Zum Auftakt der Evening Session. Ibenen. Was habe ich Ibenen gesagt? Evening Session heißt es. Das ist eine ganz komische Mischung aus Evening und Session. Ein Wort. Dann haben wir noch Norbert in der Session. Johnny Clayton wird dabei sein. Cullen gegen Evans bildet den Abschluss dann so gegen Elfrum. Und dann ist Weihnachten. Und dann ist erstmal drei Tage Pause. Und dann geht es mit der dritten Runde weiter. Am 27. Dezember. That's it. Das war's. Das ist das Programm. Die Geschehnisse von gestern. Das Programm für morgen. Guckt euch was Nettes raus. Schaut ein bisschen Basketball for free, wenn ihr Lust habt. Oder guckt Darts. Oder wonach es auch euch immer gelüstet. Mit Eishockey haben wir auch noch ein recht großes Programm am Start. Und morgen, wenn ihr Lust habt, schaut doch nochmal rein. Im Frühsport Weihnachts-Edition. Da gibt es dann die Drei-Tages-Ausgabe. Weil am 24. und 25. ist nicht so viel los. Bis in den NFL gibt es. Aber das war es dann auch. 26. dann Boxing Day. Ich packe morgen alles rein in ein Video. Das gibt es dann über die Weihnachtstage. Kennt ihr ja vom letzten Jahr. Also danke fürs Zuschauen hier an dieser Stelle. Und einen entspannten 23. Dezember. Stresst euch nicht zu sehr. Weihnachten kommt. Und dann wird es nett. Bis dann. Macht euch nett. Und tschüss.